Wir sind heute bei Pixi, weil wir wollen wissen, was Dropshipping ist und welche Vorteile das für Online-Händler hat. Ja, Dropshipping ist im Online-Handel ein großer Trend. Ja, was heißt Dropshipping denn überhaupt? Ja, Dropshipping kann man im Allgemeinen so erklären, dass der Online-Händler eigentlich die Bestellung generiert in seinem Online-Shop und dass der Lieferant von dem Online-Händler dann direkt an den Endkunden versendet. Das heißt also, dass der Online-Händler die Produktdaten hat und dem Kunden zur Verfügung stellen kann, die Artikel aber selber nicht auf Lager und das sozusagen die Bestellung weiterleitet an seinen Lieferanten und der kann direkt das Endkundengeschäft sozusagen machen. Und welche Vorteile hat Dropshipping für mich als Online-Händler? Da gibt es eine Menge Vorteile, weil normalerweise, wenn Sie Online-Händler sind, suchen Sie sich ja bei jedem Lieferanten oder Hersteller eigentlich ein bestimmtes Produktspektrum aus, wo Sie denken, was Sie gut verkaufen können. Wenn ich ein Dropshipment anbieten kann, heißt das, dass ich eigentlich viel mehr Artikel anbieten kann dem Endkunden, die ich eigentlich alle gar nicht auf Lager habe. Das heißt also, dass ich ganz wenig Lagerbestand habe, wenig Kapitalbindung und trotzdem meine unglaublich tiefe Sortiments bereite. Wenn ich jetzt bisher noch nicht mit Dropshipping zu tun hatte, was wären denn jetzt so meine ersten Schritte, wenn ich damit anfangen möchte? Die ersten Schritte sind wahrscheinlich dahingehend, dass Sie den Lieferanten überzeugen müssen, dass er es mit ihnen macht. Also ich glaube, es hängt ganz oft gar nicht davon von dem Online-Händler selber ab. Es hängt in erster Linie von dem Lieferanten ab, was er für Fähigkeiten hat und ob der ihnen die entscheidenden Daten zur Verfügung stellen kann. Viele Lieferanten sind heutzutage leider noch nicht so weit, dass sie Einzelpakete verschicken können, sondern immer noch auf Palette oder halt in großen Mengen. Und da müssen Sie eigentlich mit dem Lieferanten in Kontakt treten und dann ein bisschen gucken, was der schon machen kann und auch was er für Daten ihnen zur Verfügung stellen kann. Ja, wenn ich jetzt mit meinem Lieferanten alles geklärt habe und der gibt sein Go, was wäre denn dann für mich als Online-Händler so die ersten Schritte, die ich jetzt unternehmen muss? Sie müssten normalerweise die Artikeldaten von dem Händler oder von dem Hersteller aufbereiten und dem Shopler zur Verfügung stellen und müssten die Anbindungen machen an den Händler, weil sie natürlich auch wissen müssen, ob die einzelnen Artikel verfügbar sind oder nicht. Das heißt also, Sie müssen Lagerbestände von dem Hersteller oder Lieferanten abfragen können, damit sie die entweder nur in ihren eigenen Onlineshop oder halt auch auf die Verkaufsplattform exportieren können. Und sobald sie die Bestände und die Artikeldaten haben, können sie eigentlich verkaufen und die Online-Bestellung an den Lieferanten weiterleiten. Okay, dankeschön. Wenn ihr Lust habt auf weitere tolle Themen rund ums Business, dann abonniert doch einfach kostenlos unseren YouTube-Channel.